Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Und heute ist die Veranstaltung so gut wie ausverkauft. 1400 Plätze. Ein sensationeller Erfolg. Und es ist ja noch zweieinhalb Monate hin. Wir überlegen jetzt ernsthaft, was wir machen sollen. 200 Stühle zusätzlich passen noch rein in die Halle 3. Wenn das klappt, geben wir diese Zusatzkarten auch noch in den Verkauf, aber erst nach Pfingsten. Jetzt möchte ich Ihnen zunächst mal Danke sagen für den grandiosen Zuspruch, für Ihr Interesse und für Ihre Unterstützung. Das tut uns, die wir tatsächlich rund um die Uhr für den Kontrafunk arbeiten, richtig gut. Und ich möchte eine Firma, einen Handwerksbetrieb empfehlen, wenn Sie mal irgendwas aus Blech brauchen. Das kann eine Rasenkante aus Kortenstahl sein oder ein Einlaufblech für die Dachrinne. Die Firma Schick GmbH in Steinheim an der Murr fertigt das alles nach Ihren Vorgaben an. Also, ob gebogen, gewalzt oder gefalzt, ob aus Kupfer, Alu oder Zink, bei der Schick GmbH profitieren Sie von der Erfahrung eines seit 75 Jahren bestehenden Betriebs. Der hat auch einen Online-Shop und zwar mit der Adresse blechbestellung.de www.blechbestellung.de. Da können Sie, naja, eben Blech bestellen. Deutschlandweit sowie auch nach Österreich und in die Schweiz bis drei Meter Länge. Kontrafunkhörer bekommen 12% Rabatt auf die erste Blechbestellung unter blechbestellung.de. Und damit kommen wir zur Sonntagsrunde. Heute mit dem Journalisten Henning Rosenbusch, dessen Kanäle auf Telegram und auf X jeweils fast 70.000 Abonnenten haben. Mit dem Journalisten Ralf Schuler, dessen YouTube-Interviews unter dem Titel »Schuler fragen, was ist?« 115.000 Follower haben. Sowie mit dem Publizisten Heimo Schwilk, früher leitender Redakteur der Welt am Sonntag und Autor einer großen Ernst-Jünger-Biografie. Herzlich willkommen und ebenso herzliche Grüße an die öffentlich-rechtlichen Kollegen in ihren Festungen der Wahrheit und Gewissheit. Natürlich sind Sie über allemaßen empört darüber, dass es offenbar ein paar Abtrünnige in ihren Reihen gibt, ein paar Heretiker, die mit einem Manifest namens »Meinungsvielfalt.jetzt« einen Art Aufstand geprobt haben. Die kritisieren, dass Meinungsmache und Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Sendern verschwimmen. Sie sagen, innere Pressefreiheit existiert derzeit nicht in den Redaktionen. Und sie beklagen überhaupt eine Eingrenzung des Debattenraums. Die Reaktionen von ARD und ZDF und Deutschlandradio waren allerliebst. So hieß es beispielsweise von Seiten der ARD, dass ein Dokument wie das genannte Manifest erscheine, sei Ausdruck der Tatsache, dass in den ARD-Medienhäusern Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit herrschen. Alf Schuler, selten so gelacht oder ist das ein triftiges Argument? Ja, wenn einem die Argumente ausgehen, greift man halt auch zu solchen. Es ist ja kein offizielles Dokument der ARD oder gar irgendeiner Intendanz gewesen, sondern es sind Leute, die es sich unter Einsatz bestimmter Nachteile, die sie in Kauf nehmen müssten, leisten können, einfach mal zu sagen, was sie über den Laden denken, der sie zuweilen beauftragt. Und das ist schon sehr spannend. Und die Reaktionen waren deshalb eigentlich auch ein bisschen amüsant, weil man erklärt hat, das sei ja eigentlich völlig unbedeutend. Und auch die Verfasser seien ja eigentlich im Kern gar nicht so bedeutsam. Gleichzeitig griffen aber alle es auf, um zu sagen, wie unbedeutsam dieses Papier sei. Also man müsste sich dann schon entscheiden, ob man es registriert und ob es ein Ausweis von Demokratie ist oder völlig unbedeutend. Dann kann man es auch weglassen, wie so vieles, was in den Öffentlichen weggelassen wird. Ja, stimmt. Es war wirklich erstaunlich, dass es überhaupt solche Wellen geschlagen hat. Henning Rosenbusch, was ist denn den Öffis wirklich vorzuwerfen, wenn wir es mal thematisch angehen? Was sind die größten Hämmer, wo du sagen würdest, das war unerträglich, was die da sich geleistet haben? Welche Themenkomplexe? Mir fällt dann natürlich als allererstes die komplette Corona-Zeit ein, bis einschließlich heute, wo man ja sieht, dass im Moment eine Selbstreflexion nicht stattfindet. Es gab jetzt ein paar kritische Artikel, aber das sucht man jetzt die Fehler, vor allem bei anderen. Den Herrn Grill muss ich jetzt ausnehmen. Da habe ich heute einen Podcast gehört, Markus Grill beim NDR. Der hat doch durchaus gesagt, dass man zu unkritisch Wissenschaftler, er hat jetzt keinen Namen genannt, aber mir fällt da natürlich auch einer sofort ein, unser Chef-Virologe, dass man die eben viel zu unkritisch interviewt hätte, nie nach Belegen gefragt hätte, nie entgegengesetzte Meinungen, die es ja eben gab. Ja, auch aus berufenem Munde, ich sage mal Ioannidis oder der Staatssepidemiologe in Schweden, der schon früh gefragt hat, wo sind eigentlich die Daten für die Lockdowns, dass die eben nie zu Wort gekommen sind oder wenn dann verzerrt und geframed. Ja, ein bisschen Selbstkritik gibt es und da wissen wir alle am besten, was da in diesen Jahren gelaufen ist und können das entsprechend einordnen, auch in Angesicht der RKI-Files, die ja jetzt vorliegen, zumindest in Teilen ist ja einiges geschwatzt. Aber ich denke, diese Corona-Zeit wäre ein wunderbares Beispiel, wo es vielen sehr nahe gegangen ist und wo heute auch noch ein großes Thema für viele Menschen ist. Und daher denke ich, das könnte man wunderbar nehmen, um das Ganze zu untersuchen, inwiefern innere Pressefreiheit herrscht und inwiefern auch Stimmen von Dissidenten oder Andersmeinten zu Wort kommen. Heimo Schwilk, nutzen Sie überhaupt noch die Öffentlich-Rechtlichen? Natürlich nutze ich das und gucke immer mal wieder rein. Es gibt natürlich auch Alternativmedien, die man in größerem Maße nutzt. Aber nochmal zurück zu diesem sogenannten Manifest von 33 Leuten von Tausenden. Also ich finde es schon erstaunlich, dass diese wenigen Leute, das sind ja wirklich sehr wenige, die sich trauen da aus der Ecke raus, dass die noch ihren Namen dann bei irgendeinem Rechtsanwaltsbüro hinterlegen, damit sie ja nicht in irgendeiner Weise benachteiligt werden können. Das zeigt schon, dass dieser große Apparat halt die Leute auch ein bisschen einkauft, über hohe Gehälter und so weiter. Was mir diese Woche aufgefallen ist, das, was das ZDF jetzt mit dem Korrektiv, mit den sogenannten Recherchen wieder gemacht hat, da werden ja die ollen Kamellen aufgewärmt, als sei nie was passiert. Das heißt also, die Öffentlich-Rechtlichen stützen sich weiter auf so dubiose Organisationen, die staatlich gefördert werden und dementsprechend auch eine sehr einseitige Sicht der Dinge haben und unbedingt Wannsee-Konferenz 2.0 propagieren und die machen das sehr weiter. Das heißt also, ich bin da nicht so nachsichtig. Die Öffentlich-Rechtlichen ist halt ein geschlossener Verein und diese Leute, die da drin sind, die verdienen gut und die lassen sich das nicht wegnehmen durch irgendwelche kritischen Stimmen. Heimo Schwilk hat ja jetzt schon relativiert und ich frage mal gleich in die Runde, nützt das irgendwas? Glaubt ihr, dass das irgendeine Konsequenz nach sich zieht? Also außer, dass man vielleicht jetzt so ein paar Feigenblatterklärungen abgibt? Nein, es wird komplett folgenlos bleiben. Es ist ein ehrenwertes Papier. Es ehrt die Autoren. Wir haben im Prinzip schon zwei Themen angesprochen. Das eine Thema ist die weltanschauliche Schieflage, die es da gibt und die äußert sich eben auch in einem völlig inadäquaten Recherchedruck. Der ist überhaupt nicht ausbalanciert. Das heißt, man versucht etwa beispielsweise bei den Korrektivrecherchen nicht zu hinterfragen, ob das stimmt. Genauso wie nicht, wie man die Corona-Politik hinterfragt hat. Man hinterfragt aber beispielsweise Maskenaffäre der Union mustergültig bis ins letzte Detail. Das ist völlig okay. Wenn das ausgewogen auf alle Themen angewendet würde, dann könnte man sagen, es wäre ausbalanciert. Und das andere Problem ist die strukturelle Reformunfähigkeit der Öffentlichen. Ich habe mich da lange mit beschäftigt, weil eben auch viele Leser und Zuschauer schreiben, was man denn da machen könnte. Und die Parteien brüten drüber. Die Union hat es ins Grundsatzprogramm geschrieben. Das Problem ist, der öffentliche Rundfunk ist nach dem Krieg ausdrücklich so strukturiert worden, dass er eben nicht in den Stimmungen des Zeitgeistes hin und her schwanken kann. Und deshalb gibt es die Länderzuständigkeit. Die Länder werden sich nie einig sein. Die Politiker haben kein Interesse daran, eine grundlegende Reform hinzukriegen, weil sie natürlich schon wollen, dass jemand mit der Kamera vorbeikommt, wenn sie in der Altmark irgendein Band durchschneiden. Das macht sonst kein anderer, zugegebenermaßen. Und aus dem öffentlichen Rundfunk selbst heraus wird es auch keine Reform geben. Da ist einfach das Interesse nicht da. Und wenn, sind auch da die Interessen zu unterschiedlich. Also selbst das Zusammenlegen der Mediatheken ist ein Streitpunkt zwischen einzelnen Anstalten. Das heißt, die föderale Aufsplittung ist so raffiniert angelegt, dass niemand einen wirklichen Machthebel in der Hand hat, zu sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Wir müssen etwas ändern. Und hinzu kommt dann noch das Bundesverfassungsgericht, was die öffentlichen Medien quasi heilig gesprochen hat, indem es gesagt hat, sie sind eine Säule der demokratischen Meinungsbildung und der Meinungsfreiheit, quasi die Grundlage für die demokratische Debatte. Deshalb darf man im Übrigen auch anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht an der Gebührenschraube drehen. Also die Empfehlungen der KEF, dieser Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die können allenfalls um Centbeträge korrigiert werden, dürfen aber ansonsten nicht radikal runtergefahren werden. Also man kann denen auch nicht das Geld abdrehen. Eine solche Organisation ist nicht reformfähig und sie wird es auch durch ein Papier von 33 ambitionierten Autoren nicht. Also es gibt ja diese zwei Observanzen. Die einen sagen, so wie Ralf Schuller jetzt auch eben, das ist vollkommen unmöglich, der Zug ist abgefahren. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nur auf einem Irrweg. Er hat sich von seinen eigenen, ja auch vom erwähnten Bundesverfassungsgericht gesteckten Zielen entfernt faktisch. Er macht nichts mehr in Sachen Pluralität und Diversität, außer eben diese lokale und föderale Aufsplitterung von Archiven zum Beispiel. Aber ansonsten ist es eine gute Idee. Es ist so wie der Sozialismus. Sie funktioniert nur nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst, Ralf? Ja, das erinnert mich in der Tat an den Sozialismus. Der wäre, wenn er funktioniert hätte, auch toll gewesen. Wie vieles, was es nicht gibt und eine Wunschvorstellung ist, wäre halt toll, wenn es existierte. Und der öffentliche Rundfunk als eine Basisversorgung, die jenseits allen kommerziellen Druckes nur Informationen gewinnt. und mir beispielsweise sehr teure Informationen aus Neu-Delhi, aus Asien, aus dem Innern des Iran zugänglich macht, die mir sonst eben nicht zugänglich wären, weil eben auch die ehemals so wohlhabende Frankfurter Allgemeine Zeitung sich nicht mehr leisten kann, Korrespondenzbüros überall zu unterhalten, die mit Spesen und allem viel Geld kosten im Vergleich zum Interessentenkreis. Wenn das funktionieren würde, wäre es toll. Nur es funktioniert eben nicht. Eine Kollegin vom Deutschlandfunk hat mir mal gesagt, beispielsweise die Kommentarstrecke nach 19 Uhr im Deutschlandfunk, hätten sie selbst gemerkt. Also wenn man selbst merkt, dass irgendwas nicht stimmt, muss es schon penetrant sein, dass sie nur linke Kommentatoren hätten. Und sie haben dann mal gesucht, ob sie nicht vielleicht einen Konservativen mit dazu nehmen. Sie haben dann aber in ihren Reihen keinen gefunden und haben es dann aufgegeben. Das klingt paussierlich, aber dieses Problem wird man nicht lösen können. Und wenn man sich eben auch das penetrante Gegendere anhört frühmorgens oder aber das ambitionierte und auch tendenziöse Grillen einzelner Personen und Parteien und das liebevolle Anschmiegen an andere Personen und Parteien. Ich bin jetzt heute so politisch korrekt, dass ich die alle nicht erwähne, weil sonst müsste ich ja Baerbock-Habeck erwähnen beispielsweise oder das Verprügeln der FDP. Aber das mache ich ja nicht, damit ich da nicht in den Verdacht komme, irgendwie einseitig gepolt zu sein. Das ist eben etwas, was die Leute zutiefst frustriert, weil sie eben gewohnt sind, durch das Internet eben auch, dass sie sich die Informationen holen, wo sie sie kriegen können. Und wenn die Informationen nichts taugen, dann wechsle ich die Quelle. Heimo Schwilk. Ich würde da sagen, ich gehöre eigentlich beiden Observanzen an, so wie sie es genannt haben. Denn es hat ja mal einigermaßen funktioniert vor 30, 35 Jahren. Es ist ja nicht so, dass das strukturell vollkommen absurd ist. Natürlich ist die Parteienkonstellation, wer die Unfug-Rate wählt und so weiter, das ist natürlich schon relativ eindeutig. Aber die Leute hatten noch nicht die Schere im Kopf. Und heute gibt es ja auch private Medien als Alternative dazu. Aber das sind ja gar keine echte Alternative. Die machen noch schlechtere Filme und die machen noch schlechtere Talkshows und die machen noch einseitigere Nachrichtensendungen. Das heißt also, wir müssen auf den Menschen zurückgehen. Der Mensch ist eigentlich das Problem, der die Schere im Kopf hat. Deshalb findet man im Deutschlandradio da niemanden, der die und die Position einnimmt, weil es die einfach nicht mehr gibt. Das heißt, man muss zu den Personen das runterbrechen, die da drin sitzen in den Redaktionen. Das sind alle sehr moralistisch getönte Mitläufer. Die wollen dazugehören. Ich habe vorher schon gesagt, die wollen natürlich auch ihren fetten Gehalt einstreichen. Aber sie wollen einfach dazugehören und wollen sie nicht sagen lassen, dass sie in irgendeiner Form irgendwas vorbereiten oder was missachtet haben. Das heißt also, die Problematik der Öffentlich-Rechtlichen wie auch der privaten Sender ist eigentlich der Mensch. Das ist vielleicht ein Problem im Journalismus ganz generell. Auch die Zugangsvoraussetzungen haben sich ein bisschen geändert. Ich meine, wir sind ja alle hier Kundige. Wir haben alle in diesen Zusammenhängen gearbeitet. Auch ihr untertänigster Moderator kennt den öffentlich-rechtlichen Betrieb von innen eigentlich ganz gut und weiß deswegen, dass es keine Ansagen von oben bedarf, dass es per Osmose funktioniert unter den Kollegen, wie sich Meinungen ausbreiten. Und natürlich immer die Bestrebung des Einanderübertreffens. Also noch ein bisschen moralischer zu sein als der Kollege, wenn der schon den Mund aufmacht und findet, wir müssen jetzt gendern. Dann wird da noch einer draufgesetzt, weil man selber natürlich sich noch aufschwingen möchte, um zu beweisen, dass man noch toller gendern kann. Für mich hat es angefangen mit Trump, ehrlich gesagt. Da gab es ja auf der ganzen Strecke in der deutschen Publizistik keinen einzigen Kommentator. Also die hätten ja mal einen suchen können. Also damals war ich noch dabei, die hätten sogar mich fragen können. Aber es war ja ein Trump-Bashing von der ersten Minute an und es hält ja an bis heute. Ich bin gar nicht sicher, ob es mit Trump begann. Also wir haben ja davor schon über Jahre hinweg einen einhelligen Chor gehabt, der erklärt hat, warum Berlusconi eigentlich ein völlig unerträglicher Mensch ist und die Italiener bekloppt, dass sie ihn wählen. Und es gab eigentlich keinen Korrespondenten, der mir erklärt hat, warum die Italiener ihn wählen und warum sie ihn auch immer wieder gewählt haben. Bei Meloni war der Chor jetzt eh nicht einhellig. Warum ich so pessimistisch bin, das liegt einfach daran, dass ich ja viele Kollegen kenne. Und viele Leute, wo ich dann auf Veranstaltungen bin, die fragen mich immer, wer dann hinter den Kulissen an den Strippen zieht. Und meine Erfahrung ist, es zieht keiner an den Strippen, sondern das ist eine sich selbst organisierte Einseitigkeit. Das heißt, es finden sich von selbst dort mehrheitlich Leute zusammen, die das gleiche Weltbild teilen. Und auf der linken Seite ist die Logik des Keine-Bühne-Bietens, mit anderen Worten des Nicht-Zulassens konträrer Meinungen, viel stärker veranlagt als im bürgerlichen Lager, wo man sagt, ja gut, die Wagenknecht ist halt Kommunistin, aber muss halt auch vorkommen. Diese Entspanntheit hat man im linken Lager nicht. Und dementsprechend ist der Chor sehr einhellig. Und wenn es dann Menschen gibt, wie Julia Ruß beispielsweise, junge, talentierte Kollegin beim Bayerischen Rundfunk, die manchmal völlig gegen den Strich kommentiert, dann wird sie von den eigenen Leuten gern auch noch öffentlich, das finde ich so an Stillosigkeit so ziemlich den Gipfel, öffentlich von den eigenen Leuten niedergemacht. Und so trennen sich die Welten. Und ich sehe nicht, dass diese Trennung irgendwie überwunden werden könnte. Henning. Ich fand es ganz gut, dass Sie danach genannt haben, dass da doch durchaus regierungskonform berichtet wird. Und ich erinnere auch an die ziemlich einhellige Berichterstattung zur Flüchtlingskrise 2015, was sich da eingeschlichen hat, Regierungspolitik zu stützen. In Krisen, manchmal selbstgemachten Krisen. Da ist Corona ein gutes Beispiel. Da ist die Flüchtlingskrise, da ist alles Mögliche. Da gibt es viele Beispiele, so seit 10, 15 Jahren, wo man feststellt, dass eben Menschen, die das kritisch sehen und vielleicht auch ganz gute Argumente haben, nicht so oft zu Wort kommen. Und so wie ich das kennengelernt habe, hat es auch sehr, sehr viel mit Opportunismus zu tun. Wenn ich in den Redaktionen Lob bekomme für gewisse Dokus, Artikel, Reportagen, die eben eine gewisse Agenda unterstützen und für eher kritische Artikel, die eben auf negative Folgen von einer gewissen Politik hinweisen oder aufdecken, da eben er nicht befördert wird zum Redaktionsleiter oder dass er kritisch gesehen wird bei der letzten Redaktionssitzung. Oder ein gutes Beispiel auch, der erste kritische Artikel oder der erste Artikel überhaupt vom ZDF zu den AKI-Files. Der war ja stark, der war kritisch. Der hat jetzt nicht gleich wieder multipolar in die rechte Ecke gestellt, wie so viele andere. Er lebte nur nicht sehr lange. Er lebte nur nicht sehr lange. Und was ist das für ein Zeichen an alle anderen? Ja, wer hat das entschieden? Ich glaube da schon, dass da was von oben kommt. Natürlich wird nicht offen gesagt, weil dann hätte man ja den Beweis sozusagen, ihr habt so und so alles zu machen. Aber mit diesen Belohnungen wird da gearbeitet. Und Entschuldigung, ich hätte auch gewusst, wie ich besser Karriere gemacht hätte. Ich wollte nur nicht. Ja, das mit den nicht so langlebigen Artikeln ist ein interessantes Ding, weil man es ja auch verfolgen kann. Also man kann es ja beweisen, dass Sachen gelöscht wurden. Übrigens fällt mir da ein, dass als wir unser Buch Ich habe mitgemacht rausbrachten im letzten September, hat tatsächlich die Welt einen Artikel darüber gebracht, was mich sehr gefreut hatte. Und ich habe das per E-Mail von einem Bekannten bei einem Abflug, ich bin gerade auf dem Weg ins Flugzeug gewesen, mitgeteilt bekommen, hey, die Welt hat was. Bei der Landung war der Artikel allerdings schon verschwunden. Also drei Stunden genügen, ja. Das war, glaube ich, einer der kurzlebigsten Artikel in der Welt. Jetzt haben wir schon so ein bisschen aufgefächert, die verschiedenen Themen. Ich hatte Trump reingeworfen, Henning hatte mit Corona angefangen. Jetzt war auch die Migration dabei. Klima und Ukraine gehören ja auch dazu. Und eigentlich ist es ja fast ein Kunstwerk, ein Wunder, dass bei so vielen verschiedenen Themen in diesen Häusern eine solche Einhelligkeit erzeugt werden kann. Also meine bescheidene Erfahrung selbst im Kontrafunk ist, dass wir bei Corona natürlich alle einer Meinung waren. Wir sind ein Kind von Corona, aber bei anderen Themen dann schon gewisse Kontroversen, auch innerhalb der Redaktion, aufkamen. Aber in den öffentlich-rechtlichen Anstalten offenbar nicht. Bei so vielen verschiedenen Themen ist immer eine Meinung. Oder täuscht das? Weiß da jemand was? Also nochmal zur Schere im Kopf. Ich bin ja dankbar, dass wir jetzt seit zehn Minuten über die Schere im Kopf reden. Da muss man natürlich das Umfeld in den Blick nehmen. Wie kommt denn die Schere in den Kopf? Also wie kann es sein, dass in 30, 40 Jahren die Leute plötzlich alle ähnlich denken und auch ihre Vorgesetzten dann die entsprechenden Leute befördern? Ein Axel Springer-Vorstand hat mal kurz nach der Wende gesagt, als er gefragt wurde, was denn jetzt anders würde. Denn Axel Springer hat ja eigentlich Recht behalten durch die Wiedervereinigung. Dann sagte er, wir sind die Sieger der Geschichte, aber wir wollen jetzt so sein, wie alle sind. Das hat mich damals sehr frappiert, denn eigentlich müsste man da ja die Kraftquelle nutzen und sagen, Menschenskind, unser Widerstehen hat sich gelohnt. Irgendwann merken es die anderen auch. Aber nein, man möchte dann jetzt einfach diese Epoche abschließen und dann so sein, wie alle sind. Und jetzt glaube ich schon, dass seit 1968, 70, da sich was in der Republik verändert hat. Die Söhne haben dann den Vatermord begangen, gegen ihre Väter sind aufgestanden, teilweise zu Recht, teilweise vollkommen Unrecht. Man konnte nicht in eine kommunistische Organisation eintreten, nachdem schon Pol Pot und Stalin und Mao und Hitler an der Macht waren. Das heißt also, man hat Diktaturen schön geredet, also der Richtlinke nur, und da ist was passiert in den Köpfen und da ist was in die Köpfe reingekommen. Also diese Gehirnwäsche erreichte dann dieses mediale System und die Menschen haben deshalb die Schere im Kopf, weil sie einfach weiterkommen wollen, weil sie gemerkt haben, gegen diesen Mainstream, der ja nicht volksverankert war, sondern es war nur diese kleine Clique, aber das wusste schon Angela Merkel, die hat gesagt, in der DDR durfte man sich nicht mit der SED anlegen, in der Bundesrepublik nicht mit den Medien. Das war eine Hälsicht, die Erkenntnis, die hat sie ja dann umgesetzt. Sie hat dann also alles gemacht, was die Medien von ihr erwartet haben, das ist ziemlich weit gekommen. Das heißt also, wir müssen doch auch uns überlegen, was ist in den letzten 30, 40 Jahren mit den Menschen passiert, dass sie so denken, wie sie denken. Naja, der Kalte Krieg hat in meiner Erinnerung, wenn man ihm irgendetwas Positives abgewinnen will, die Menschen schon in eine Polarisierung hineingezwungen, dass man sich überlegen musste, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf denen, die tendenziell, wie die Chefredaktion der ZEIT oder irgendwie sowas, einen Hoffnungsschimmer im realen Sozialismus gesehen haben und eher auf der linken Seite stehen wollten und lieber die NATO abrüsten wollten für den Frieden oder ähnliches? Oder willst du auf der anderen Seite stehen? Das heißt, du musstest dich positionieren. Und ich hatte damals auf der anderen Seite der Mauer lebend gemutmaßt, dass wenn man mit Freiheit und freien Informationsquellen aufwächst, dass die Freiheit und der liberale Umgang mit Meinungen, dass der sozusagen so tief in die Genetik eingegangen ist, ist, dass nach dem Fall der Mauer das eben auch Blut und Denken der Westdeutschen verankert ist. Und ich habe feststellen müssen, das stimmt gar nicht. Der Wegfall dieses Positionierungszwanges hat dazu geführt, dass eben auch innerhalb der Union, beispielsweise die früher ja klar positioniert war für die deutsche Einheit, bürgerliche Werte, Familienwerte, Bundeswehr etc., dass es da sehr viel irrlichterndes Gedankengut gab, was eigentlich auf diese Seite des Spektrums gar nicht gehört hätte. Und dementsprechend ist alles so ein bisschen diffuser geworden. Und dass die Öffentlichen früher funktioniert haben, liegt in meiner Wahrnehmung unter anderem daran, dass es klar abgesteckte Beritte gab. Das ist ja damals immer moniert worden, dass es den Rotfunk in Köln gab und beispielsweise den Schwarzfunk in München. Das hatte aber zur Folge, dass du wusstest, es gibt im öffentlichen Rundfunk bestimmte Inseln, die auch dein Weltbild irgendwie versorgen. Und das ist im Nachhinein eher weggebrochen. Und auch die Rundfunkräte sind nicht so, dass man als Intendant klar wüsste, welche Signale man senden muss, um beim Hessischen Rundfunk oder woanders eben ans Ruder zu kommen. Und dementsprechend ist das weggefallen. Jetzt kann man sagen, prima, dass diese Erbhöfe weggefallen sind. Aber die Medienbranche ist eigentlich tendenziell eher links und das konzentriert sich dann da. Und es ist natürlich auch eine Frage des Handwerks. Der Auftrag ist unter anderem Abbilden des Geschehens. Nur ich kann eben nicht vor einem Koalitionsausschuss liegen, wo ich weiß, die haben sich da gezofft wie die Kesselflicker. Und dann kommen die raus und sagen, die Koalition ist auf einem guten Weg. Und dann schreibe ich tapfer in meinen Blog, die Koalition ist auf einem guten Weg. Also ich für meinen Teil bin immer der Wahrheit verpflichtet, die tatsächlich ist und nicht der proklamierten. Und wenn ich natürlich eine bestimmte eigene Agenda habe und mit der deckt sich, dass beispielsweise der Klimawandel auf einem guten Weg ist, dann werde ich die Statistiken zu der segensreichen Wirkung der erneuerbaren Energien liebevoller behandeln als bestimmte Skeptiker, die sagen, Leute, das ist aber alles noch nicht so doll, dass wir auf Kohle zurückgehen müssen, kann jetzt nicht die Lösung sein und wähle meine Nachrichten so aus. Und dieses Handwerkliche, alles zu beargwöhnen, das ist eben nicht überall gleich ausgeprägt. Und ich wage die Behauptung, dass es eben auch nicht überall so gelehrt wird. Gibt es vielleicht einfach zu viele Journalisten? Also ich meine, nichts gegen die Vielfalt und die Explosion der Kanäle. Also ja auch im Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile gibt es, glaube ich, über 70 gebührenfinanzierte Radioprogramme. Die senden ja mehr oder weniger alle dasselbe und die müssen ja alle jetzt von Leuten irgendwie bedient werden. Und diese Leute, Heimo Schwilk hat ja vorhin auf den einzelnen Menschen abgestellt, die sind ja irgendwie auch begrenzt in ihren Talenten. Also es gibt doch, wie jeder weiß, eine Menge schlechte Ärzte und man muss sich ein bisschen Mühe geben, um den Guten zu finden. Es gibt auch wahnsinnig viele schlechte Bäcker und man muss sich, wenn man gutes Brot haben will, ein bisschen umtun. Und vielleicht gibt es auch einfach naturgemäß in einem Volk von 80 Millionen Leuten relativ viele schlechte Journalisten und nur ein paar gute. Also früher hat man ja dann auch so eine Auswahl getroffen beim Öffentlich-Rechtlichen. Das war natürlich die Königsklasse. Also da musste man schon erstmal eine Weile bei anderen Medien Lokalerfahrungen gesammelt haben und sich da durchgebissen haben. Und dann irgendwann konnte man vielleicht beim Öffentlich-Rechtlichen anlanden. Aber mittlerweile kommen die ja also schon direkt von der Universität, also in Strömen da rein und wissen alles besser. Das ist vielleicht der große Irrtum, dass man denkt, der Mensch hätte sich geändert, wenn er in einem anderen System lebt. Ich glaube, jedes Volk hat 80 Prozent Mitläufer und eine kleine Gruppe von Leuten, die das tun, was ihr selbst oder was ihr Gewissen ihnen vorschreibt. Das heißt also, in der Bundesrepublik haben wir den Vorteil oder hatten wir den Vorteil, dass es eine sehr reich differenzierte Verlags- und Zeitungslandschaft gibt in der DDR oder in Russland oder sonst wo oder in China, ist das natürlich sehr reguliert und sehr eingeschränkt. Deshalb ist der Zugriff des Staates via Propaganda viel einfacher als hierzulande. Dennoch denke ich mal, die Leute, die heute so laut schreien und permanent die Weimarer Republik ins Feld führen und Wannsee-Konferenzen und so weiter, die Leute würden reihenweise umfallen, wenn es nochmal in 1933 geht, weil die haben diese große Sehnsucht des Dazugehörens. Und der Journalist, um jetzt auf diese Spezies zurückzukommen, der muss eigentlich die Sehnsucht haben oder das Bedürfnis haben, sich zu unterscheiden, anders zu sein als die anderen und nicht mit dem Auftrag, nach Bagdad zu fahren oder nach Tripolis, weil der Chefredakteur die und die Reportage wünscht, sondern er muss seinem Chefredakteur sagen, du schickst mich da drin, nicht ohne Grund, aber ich komme mit dem Ergebnis zurück, was ich dort gesehen, gehört, gelesen und erfahren habe. Das heißt also, mehr Mut im Alltag. Also nicht dazugehören, das ist die Forderung und einer hat ja mal gesagt, sich nicht mit einer Sache gemein machen, das sei das Zeichen für einen guten Journalisten, Henning Rosenbusch. Ich denke eher, es ist eine Medienkrise mit bestimmten Auswirkungen auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber ich beobachte natürlich auch in den privaten Medien eine Veränderung in den letzten zehn Jahren, eine andere Veränderung jetzt wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich habe natürlich auch höhere Ansprüche auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich nämlich dazu gezwungen werde, den zu finanzieren und das ist ja bei privaten Medien nicht so, die müssen schauen, wie sie ihr Geld verdienen. Das ist vielleicht auch ein Thema, die Journalismusfinanzierung, aber man muss in diesen Zeiten, ziehe auch Corona, den Blick weiten. Wir müssen uns den ganzen Westen anschauen, wir müssen uns die Entwicklung in den USA anschauen. Es gibt zwei Bevölkerungen, könnte man fast sagen, jede mit ihrer eigenen Weltsicht, so war es schon immer, aber jetzt gibt es zwei Bevölkerungen mit ihren eigenen Fakten. Also ich würde fast sagen, die einen wissen vielleicht sogar ein bisschen mehr als die anderen, weil sie gewisse Themen infrage stellen, wie eben Klima, wie eben Corona, wie alles, worüber man nicht mehr diskutieren darf, das sage ich jetzt bewusst, ohne ja sogar schon ins Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. Ja, die Delegitimierung des Staates, das wurde eingeführt während der Corona-Zeit in Bezug auf, ja, dass man gewisse Maßnahmen in Frage gestellt hat oder den Staat delegitimiert habe und es hat Zensur stattgefunden. Diese Delegitimierung ist ja eine Spezialität von Deutschland, aber die Zensur hat wohl im ganzen Westen stattgefunden, also dass man da auch kritische Stimmen nicht zu Wort kommen hat lassen. Auch ich wurde zensiert und das hat auch koordiniert stattgefunden. Also das war jetzt nicht beschränkt auf irgendwelche Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube. Es wurde immer überall das Gleiche zensiert. Und ich sage jetzt auch bewusst zensiert, weil da der Staat auch ganz offensichtlich eine Rolle gespielt hat. Zumindest wissen wir das jetzt von der USA. Und hier erzeuge ich natürlich auch eine ganz andere Art von Konformitätsdruck bei Journalisten, die sich dann überlegen, ja, geht es jetzt schon, wenn ich diesen Delegitimierer zitiere, obwohl er vielleicht Recht haben könnte, könnte ich da jetzt schon auch mich irgendwie verdächtig machen. Und das spielt da alles rein und aus meiner Sicht auch eine internationale Entwicklung. Und in der Hinsicht möchte ich einmal auf den Dr. Jonas Tögel hinweisen. Kognitive Kriegsführung, der eben die Theorie äußert und auch gut belegt, dass die NATO seit 2020 eine psychologische Kriegsführung in den NATO-Ländern durchführt. Und ja, mit Sicherheit hat auch dies Auswirkungen auf den Journalismus und auf die öffentliche Meinung. Soll es ja haben, dafür wird es ja gemacht. Absolut. So, jetzt hat Henning Rosenbusch schon zwei Brücken gebaut. Ich weiß nicht, über welche wir gehen wollen. NATO ist ein Thema der Woche, aber vorher fiel der Name Haldevang und Verfassungsschutz. Und das bringt uns vielleicht zu dem noch größeren und deutscheren Thema dieser Woche. Es fing ja an mit einem Gastartikel des Verfassungsschutzpräsidenten Haldevang in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er tolle Thesen aufgestellt hat, was eigentlich geht, beziehungsweise was nicht geht. Also Meinungsfreiheit sei kein Freibrief, hat er da unter anderem fabuliert. Ja, fangen wir gleich hinten an. In derselben FAZ hat Robert Scholz, der große Verfassungsrechtler, ihm den Kopf gewaschen und eigentlich seine Abberufung gefordert. Das ist in der Tat ein sehr, sehr bemerkenswerter Vorgang. Leider gehört Verfassungsrecht nicht zu den besonders erotischen Materien und insofern geht das an der öffentlichen Breite ein bisschen vorbei. Meinungsfreiheit ist eine der zentralen Bausteine für eine freiheitliche Demokratie. Wenn du die Meinung und die Information nicht zur Verfügung hast, dann kannst du in keinen demokratischen Diskurs treten und im Streit der Meinung hast du das Baumaterial gar nicht zur Verfügung. Insofern ist das wirklich eine der neuralgischsten Nervenadern, die es gibt. Und da kommt dann der Chef des Inlandsgeheimdienstes, muss man dazu wissen, es ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Deutschland. Es gibt nicht viele westliche Demokratien, die Inlandsgeheimdienste unterhalten. Der kommt dort hin und sagt, ja, Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Und das ist schon ziemlich irre, weil man vermutete, dass er nach seinem Auftritt mit der Bundesinnenministerin Anfang Februar, wo er schon von mentalen Verschiebungen sprach, für die er nun definitiv nicht zuständig ist. Jetzt schrieb er eben, Meinungsfreiheit sei kein Freibrief und er kennt offensichtlich die eigene Verfassung nicht. Artikel 5, Meinungsfreiheit ist ein Freibrief und er verdreht in diesem Beitrag, das ist aber eben auch etwas für verfassungsrechtliche Feinschmecker, er verdreht in diesem Beitrag seinen eigentlichen Auftrag. Er tut so, als wären Dinge, auch wenn sie legal sind, ein Problem für den Verfassungsschutz. Er setzt dann einen zweiten Satz hinzu, so denn die freiheitliche Grundordnung damit aktiv beseitigt werden soll. Und genau das ist das eigentliche Thema. Ich kann beispielsweise Kommunist sein und davon überzeugt sein, dass die freiheitliche Demokratie abgeschafft wird und durch eine Räterepublik ersetzt werden muss. Solange ich nicht daran gehe, diese Vorstellung in die Tat umzusetzen, den Kanzler zu stürzen und das Parlament aufzulösen, ist mir diese Meinung völlig unbenommen. Interessanterweise 2017 NPD-Verbotsverfahren, die Urteilsbegründung, da sagt das Bundesverfassungsgericht geradezu wörtlich, auch nationalsozialistische Gesinnungen sind für sich genommen noch kein Fall für ein Parteienverbot. Erst wenn man aggressivkämpferisch daran geht, die in die Tat umzusetzen, anderen Leuten zu drohen oder daraus eine Handlungsoption zu machen. Erst dann wird der Verfassungsschutz eingeschaltet und genauso ist es nach dem Zweiten Weltkrieg gewollt worden von den Väter der Verfassung, weil die Gestapo eben eine Inlandspolizei gewesen ist, die durchgegriffen hat. Genau das sollte der Verfassungsschutz nicht. Er sollte keine Meinung verfolgen, nur Leute, die tatsächlich von den Handlungen her, Wehrsportgruppen ähnliches, versuchen, das Land abzuschaffen. Und jetzt stellt sich der Chef des Verfassungsschutzes hin und dreht das einfach um. Ich kann eigentlich alles verfolgen, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und dann wird eben der frühere Chef des Verfassungsschutzes, Herr Maaßen, mit einem Dossier verfolgt, obwohl keines der Merkmale auf ihn zutrifft, was nötig wäre, um ein Dossier anzulegen. Das ist eigentlich ein Skandal sondergleichen und der müsste tatsächlich abgelöst werden. Aber der politische Wille der Bundesinnenministerin steht dem, glaube ich, entgegen. Es ist nicht nur die Bundesinnenministerin. Natürlich, er untersteht ihr. Aber man muss auch, glaube ich, erwähnen, dass Haldevang CDU ist und von der CDU da ins Rennen geschickt wurde. Und man fragt sich ja, wo bleibt eigentlich die CDU? Hat es da schon Forderungen, außer von Rupert Scholz, gegeben, den jetzt da zu entfernen? Nee, also der Einzige, der sich sehr, sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat, war tatsächlich Philipp Amthor im Deutschen Bundestag. Der hat eine bemerkenswerte Rede gehalten. Aus taktischen Gründen greift die Union dann die SPD-Innenministerin an und nicht den eigenen Mann. Außerdem ist der unterhalb der Ebene, dass er für Parlamentarier attackiert werden müsste. Der hat ihr eine Herrschaft des Verdachts vorgeworfen. Das ist schon relativ stark. Das Problem daran ist, Haldevang ist eigentlich zweite, wenn nicht gar dritte Wahl gewesen für den Posten. Ursprünglich waren Clemens Binninger von der CDU im Gespräch oder Armin Schuster jetzt Innenminister in Sachsen. Beide konnten nicht. Der Binninger war schon ausgeschieden und hatte bereits eine Beratungsfirma gegründet. Schuster war noch im Bundestag, aber leider bei der Kanzlerin in Ungnade gefallen. Und wer an ihrer Migrationspolitik Kritik geübt hat, der war dann im Prinzip raus. Deshalb konnte er da nicht hin. Und dann hat man sozusagen den Verwaltungsjuristen aus der unteren Ebene nachgezogen. Ist Schuster nicht der Mann, der jetzt unlängst gesagt hat, ihr seid meine besten Verbündeten zur Antifa? Ja, das hat er in der Tat gesagt und er hielt es wohl für eine originelle Formulierung auf einer Bühne, glaube ich, in Bautzen oder Görlitz stehend, wo hinter ihm Antifa-Flaggen wehten. Ansonsten gehört er zu den wenigen Aufrechten und zu den ehrlichen Häuten sozusagen aus der Ära Merkel. Trotzdem war der Spruch keine Glanzleistung. Also, wir kommen gleich einen Schritt weiter. Seit dieser Woche gibt es ja ein neues Disziplinarrecht für Beamte. Und da ist sozusagen die kulinarische Note, Ralf, die du gerade reinbrachtest, als du von Feinschmecker-Gegenständen wie Verfassungsrecht sprachst, das ändert sich dann. Denn Disziplinarrecht ist eher bittere Kost. Da können Beamte also jetzt ohne Gericht aus dem Staatsdienst entfernt werden. Ihr habt es alle gelesen. Weswegen sie entfernt werden, das müssen sie dann selber beweisen, dass das nicht zutrifft. Ja, Heimo Schweg. Ja, das ist ganz gut, denn das zeigt schon den operativen Charakter dieser Verfassungsauslegung. Denn es wird ja nicht nur versucht, die Meinung auszuhebeln, also ein Grundrecht, sondern es wird versucht, zu kriminalisieren. Also man sucht dann die Organisatoren oder die Menschen, wie jetzt in Potsdam, die das und das gesagt haben, um es dann in Politik umzusetzen. Also man versucht schon, von der Meinung zur Tat zu kommen, um dann die Leute zu kriminalisieren. Das ist jetzt zum Beispiel mit dem Disziplinarrecht wunderbar. Da kann man dann die Leute, die sich vielleicht wählen lassen wollen oder da mitmachen wollen, denen kann man den Geschmack verderben, indem man ihr Berufsbild in Frage stellt. Das heißt also, man geht sehr viel subtiler vor. Die Meinung wird sozusagen umgangen. Es wird operativ versucht, die Leute, die diese Meinung haben, in irgendeinem Kontext zu stellen. Zum Beispiel Corona-Demonstration Berlin, wo dann so eine Handvoll Spinner den Reichstag, die Treppe hochgegangen sind und Fahnen aufgepflanzt haben. Und das wurde dann zu einem Trumpschen Sturm aufs Parlament umgedeutet. Und auch jetzt das Vorgehen gegen die Reichsbürger von Frau Fels und so weiter. Da wird permanent gesucht nach der Stecknadel im Heuhaufen. Da wird permanent versucht, diesen Meinungen operative Maßnahmen zur Seite zu stellen, um das Verfassungsrecht am Ende dann doch durchzusetzen. Und das ist das Problem. Da ist absolut was dran. Das neue Dienstrecht sieht unter anderem vor, dass anders als früher, wo der Arbeitgeber dem zu Entlassenden nachweisen musste, welcher Vergehen er sich schuldig gemacht hat, es jetzt dem Bediensteten anheim gibt, erst mal freigestellt, dann doch zu klagen, dass er wieder reinkommt. Mit allen Kosten und allen Unannehmlichkeiten, bis hin zum Entzug der Pension übrigens. Und das wäre zum Beispiel denkbar, dass man Herrn Maaßen nachträglich jetzt seine Pension aberkennt wegen politischer Missliebigkeit. Das ist völlig irre, so etwas einzuführen. Immer mit dem Verweis darauf, dass ja man wachsam sein müsse gegenüber Neurechten oder anderen Verschwörungen. Und zu allem Überfluss hat man dann auch noch einen Polizeibeauftragten ins Amt eingeführt, der witzigerweise am ersten Tag seiner Berufung erst mal erklärt hat, dass Mitgliedschaft oder Unterstützung der AfD sich für Polizisten nicht gehöre. Und das ist einfach nicht Aufgabe eines Beauftragten in die private politische Lebensführung von öffentlich Bediensteten Tipps zu geben. Aber das ganze Amt ist so zugeschnitten, dass dieses kein Beauftragter ist wie etwa der Wehrbeauftragte, der als Kummerkasten für die Polizisten dient, sondern es ist ein Sonderermittler in die Polizei hinein, der neben den Staatsanwaltschaften ermitteln darf, der Polizeiwachen betreten und sich Dienstakten ziehen darf, der im Prinzip eine manifestierte Misstrauensfunktion gegenüber den Schutzbefohlenen der Polizei ist. Dass die Polizeigewerkschaften da gegen Sturm laufen, das ist völlig nachvollziehbar. Und zufällig, ist ja reine Koinzidenz zeitlicher Art, hat man 400 Polizisten gefunden und sofort ausgerufen, die irgendwie rechtsextremistisch seien und gegen die jetzt Ermittlungen laufen. Wegen Verschwörungstheorien oder weiß man nicht. Vielleicht waren sie auch gegen Corona. Henning, hast du schon nähere Erkenntnisse über die Polizisten, wie es denen jetzt geht? Es sind ja nicht nur die Polizisten, es ist ja mittlerweile jeder betroffen von sowas. So eine Beobachtung hat ja auch Folgen. Man hört ja davon, dass Konten gekündigt werden, dass sich der Verfassungsschutz irgendwie mitvermietern von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, also das hat ganz konkrete Folgen für alle und natürlich auch für die Polizei und es hat ja auch schon im Gestapo-Vergleich gefallen von Herrn Jörges. Das gab es auch im Nationalsozialismus, obwohl man dort ohnehin schon aussortiert hat und Leute vor Gericht gestellt hat, mit Gesetzen und mit einer Rechtssicherheit, dass zumindest die Leute wussten, was ist jetzt noch erlaubt und was darf man noch sagen oder was darf man noch tun und lassen. Es wird immer schwammiger und selbst im Nationalsozialismus sind Einschätzungen von Leuten gegeben worden, die wurden damals als Meckerer bezeichnet, politische Beurteilungen, die sollten dann über das Verhalten eine einzelne Auskunft geben und das hat man auch dann natürlich gemacht, bevor man irgendwelche Leute in Behörden eingestellt hat. Ja, und da wusste man eben schon von vornherein Bescheid, wer für gewisse Pöstchen in Frage kommt und das macht natürlich auch etwas mit einer Gesellschaft, weil ich glaube, ob es ist ein normales menschliches Verhalten, dass man sich irgendwo ein bisschen anpasst und nicht anecken will und natürlich auch, dass man aufsteigen will und dass man mehr Geld oder in der Position aufsteigen will oder dass man Lob bekommt von den Vorgesetzten. Ja, wenn man dieses ganze Verhalten irgendwie regierungskritisch zu sein oder kritisch bezüglich Themen zu sein, jetzt schon halbwegs kriminalisiert und unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ja, dann muss ich mich schon fragen, wo wir da wieder hinkommen. Es ist schon eine ganz klare Drohung und Einschüchterungsstrategie, die da gefahren wird. Auch wenn man auf diese 400 Ermittlungsverfahren verweist, man muss sich einfach klar machen, dass im Aufgabenbereich der Polizei 278.000 Leute in Deutschland arbeiten, Bundespolizei und Länderpolizeien und dann gibt es 400 Ermittlungsverfahren, zumal man noch nicht mal weiß, wogegen da ermittelt wird. Das ist einfach eine gezielte Anscheinserweckung, dass es irgendwelche Netzwerke gäbe, die allerdings, wenn es sich in diesen Größenordnungen beläuft, vernachlässigbar wären. Das ist völlig irre, was dort passiert. Ich liebe das Wort Anscheinserweckung. Das können wir auch in anderen Zusammenhängen jetzt brauchen. Apropos zusammen, zusammen, zusammen. Es gibt eine Medienkampagne Zusammen Land. Also Deutschland ist das Zusammen Land für diejenigen, die es noch nicht begriffen haben. Das ist natürlich wieder so ein Ding. Henning sprach eben von den Pöstchen, die überall vergeben werden. Da gibt es eine Menge Geld, wenn ich das richtig sehe. Der Staat macht da eine Medienkampagne und das ist ja auch etwas. Das hat man auch bei Corona ja schon gesehen. Sehr, sehr viel Geld geht an die Medien auf dem Umweg solcher superschönen Kampagnen, sei es fürs Impfen oder für die Demokratie oder Demokratie leben, heißt es, glaube ich. Das sind ja nicht unbeträchtliche Summen, die da ausgezahlt werden. Was ist denn das für eine Zusammen Land Kampagne? Also auffällig und ins Auge fallend ist es vor allem in den meisten großen Tageszeitungen, die dann gerne so Mittelteile, aufklappbare Doppelseiten, Panoramaseiten, wie es intern heißt, dafür ausgeben, diesen Schriftzug mit dem Hashtag Zusammen Land dorthin zu drucken und ein kleiner Text dazu, dass man gemeinsam steht gegen radikale Bestrebungen, irgendetwas. Und dann sind sehr viele Logos von Firmen, die sich da beteiligen, die da mitmachen, aber eben auch von irgendwelchen nachgeordneten Bundesbehörden und Ähnlichem sind da mit da drauf. Und es soll einfach das Gemeinschaftsgefühl aufnehmen, was bei den Großdemonstrationen da gewesen ist. Wir für Demokratie und gegen, ja, was eigentlich? Rechts gegen die AfD, aber das steht so explizit nicht da. Also wo ich mitvergemeinschaftet werden soll, bin ich eigentlich sofort weg. Da kann man mich mit jagen. Das widerstrebt nicht nur mir persönlich. Das ist für mich eigentlich der Kern der freiheitlichen Gesellschaft ins Gegenteil verkehrt. Ich darf sein, wie ich will und ich bin ein Individuum und ich möchte nicht in irgendeine Herde einsortiert werden. Da kriege ich schon Pickel. Das geht uns ja sicher allen so hier in dieser Runde zumindest. Aber trotzdem, man spürt ja, dass da ein Strick um den Hals langsam gelegt wird und zugezogen wird. Übrigens, was ist denn das mit diesem Zulauf bei den, ich hätte jetzt fast gesagt, Kartellparteien, das würde ich niemals sagen, sowas. Aber bei CDU, SPD und Grünen berichtet die FAZ, sie können sich vor Partei-Eintritten gar nicht retten. Ist das so? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Mitgliedszahlen in den Parteien ist eine der wenigen Themen, wo die Parteien tatsächlich die Hoheit haben. Das heißt, man kann als außenstehender Journalist ums Verrecken nicht überprüfen, ob sie einem die Wahrheit sagen. Also die können bei jeder Gelegenheit einem erklären, dass sie gerade riesigen Rückenwind bekommen und Eintritte. Ja, natürlich gibt es immer Eintritte. Meistens kommunizieren sie die Salden der Austritte nicht so offensiv. Und dann gibt es auch so verschiedene Mechanismen. Das heißt, wenn es Austrittswellen gibt, die es auch gibt, dann kommen die in der Bundeszentrale sehr lange nicht an. Und dann kann man dort anrufen und sagen, ja, ist uns nicht bekannt. Hintergrund ist, dass die Kreisvorsitzenden dann die Austrittsschreiben einfach mal bei sich liegen lassen. So ähnlich wie eine Drückerkolonne bei der Zeitung. Ich rufe einfach in zwei Monaten nochmal an. Hast du es dir vielleicht überlegt, Klaus? Und deshalb kommt das in Berlin nicht an. Berlin ist auch nicht traurig darüber, dass es nicht ankommt. Nicht selten gibt es da Absprachen. Mit anderen Worten, man kann es schlichtweg nicht kontrollieren. Und man kann auch nicht kontrollieren, ob das jetzt irgendwie signifikant ist oder ob es sich im Rahmen normaler Mitgliederbewegungen abzeichnet. Was aus der Erfahrung her bekannt ist, dass Parteien, die davorstehen, an die Macht zu kommen oder in Regierungen einzutreten, dass die gerne einen gewissen Zulauf haben. Ein Schelm, wer Karrierechancen oder Vorteilsnahme dabei im Sinn hat. Aber das, was du uns jetzt gerade hier erklärt hast, das weiß die FAZ nicht. Ich meine, da müsste ja jeder Redakteur, der so eine Meldung jetzt raushaut, mit den super Zuwächsen bei den Parteieintritten vielleicht mal dieselbe Recherche anstellen, dieselben Zweifel haben. Ja, aber er kann es am Ende nicht verifizieren. Und er kriegt halt eine offizielle Zahl von den Parteizentralen und die Meldung läuft auf den Agenturen und das ist eigentlich das, was man in der Regel im Nachrichtengeschäft will. Nach einem Bericht der FAZ und so weiter und schon kommt man überall vor. Prima. Verifizieren kann man es in der Regel nicht. Da sind wir doch genau bei der Wahrheit verpflichtet. Es wäre ja schon der ganze Artikel eingeordnet, wenn man in einem Halbsatz nach einem Komma erwähnt, dass man das nicht nachprüfen kann. Warum darf ich das nicht mehr verlangen heutzutage? Das wäre für mich als Leser eine sehr, sehr wichtige Information. Also die in den Mainstream-Medien fehlenden Fragezeichen, die reichen wir jetzt hier im Kontrafunk nach. Heimo Schwilk wollte noch etwas sagen. Ich wollte was grundsätzliches zu der Medienpolitik, was in gewisser Weise auch die Parteien betrifft. Das ist ja ein Industriebetrieb, also das ist ja eine Industrie. Die Medien nehmen deshalb auch gern auf ihre Seiten alles, was so kommt und hinterfragen das nicht. Also der Verlagschef sagt dann dem Chefredakteur, die Doppelseite musste freiräumen, das bringt Geld und so weiter. Das heißt also, die Hörigkeit dem Geld gegenüber ist sicher gewachsen, vielleicht auch deshalb, weil die Auflagen zurückgehen und man ist auf jedes Geld angewiesen, was kommt. Und die Leute folgen diesem Appell auf die Straße und dann anschließend in die Parteien, weil sie Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Es gibt ja ein fatales Instrumentarium, man sagt, wenn im Osten AfD oder wer immer gewählt wird, dann führt das dazu, dass die Investoren sie abziehen und dass das einen großen ökonomischen Schaden hat. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die marktwirtschaftlich tragenden Parteien da gestärkt werden und dann machen die Zeitungen das ganz gern, dass sie das platzieren aus voller Überzeugung. Natürlich, die Gehirnwäsche führt dazu, dass halt auch alle Vorgesetzten so denken, wie sie denken, aber einige denken rein ökonomisch und da rechnet sich das immer, wenn man die Zeitung vollpackt mit Anzeigen, woher sie auch kommen. Da will ich mal einen ökonomischen Tipp geben. Also die Menschen sind sehr, sehr dankbar, wenn sie eben das bekommen, was man eigentlich von einem Journalisten erwarten darf, mit bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit verpflichtet. Ich bin nach Schweden gefahren 2020, weil ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Die Berichterstattung in Deutschland über Schweden hat sich sehr unterschieden von der Berichterstattung in Schweden über Schweden. Auch klar, weil sonst hätte es wahrscheinlich dort binnen kürzester Zeit eine Revolution gegeben. Und ich habe versucht, eben aus Schweden möglichst der Wahrheit entsprechend oder nach bestem Wissen und Gewissen zu berichten. Und dafür waren sehr, sehr viele Menschen mir dankbar, um es eben auch zu sehen. Ja, da wird viel Druck später aufgebaut mit der Impfung und so weiter. Da hat man ja immer gesagt, die Impfung ist der Weg in die Freiheit und ohne Lockdown geht es nicht. Wenn sie sich nicht genug impfen lassen, bleiben wir noch Jahre im Lockdown. Und da war wichtig, auch für viele zu sehen, guckt mal nach Schweden. Es geht auch ohne Lockdown und die Berichterstattung war zumindest bis Anfang, Mitte 21. Einseitig ist schon fast übertrieben. Also man hat wirklich versucht, diesen Sonderweg so darzustellen, als ob da jetzt eine Katastrophe stattfindet. Hat Vergleiche gebracht mit der spanischen Grippe und so weiter. Wenn man sich wirklich mit neutralen Augen angeschaut hat, wusste man, dass man diesen Vergleich überhaupt nicht bringen kann und darf. Ja, ich denke, wenn die Menschen sich gut informiert fühlen, dann sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben und ich glaube, das wird heute in den Redaktionen sehr unterschätzt und man sieht auch am Erfolg von einigen größeren alternativen Medien oder auch vielleicht jetzt an News, die gewisse Themen doch durchaus sehr viel anders beleuchten als die üblichen Leitmedien und das sind ja jetzt alles auch wie Herr Schuler gestandene Journalisten, die da arbeiten und das wird zumindest von den Zugriffszahlen her honoriert. Ich weiß jetzt noch nicht, ob News Geld verdient, aber es gibt doch durchaus einige alternative Medien, die sich tragen, zum Beispiel auch der Kontrafunk. Abschließend noch zwei Fragen, weil wir jetzt schon doch wieder bei Corona gelandet sind. Die Ermittlungen gegen Frau von der Leyen, die kommen ja so langsam in Gang, nicht wahr? Henning, erwartest du dir davon was? Vielleicht auch von der Strafanzeige gegen Lauterbach? Nicht vor der Europawahl. Nein, eigentlich nicht, weil völlig selbstbewusst wird diese Frau von der Union wieder zur Kandidatin. Trotz allem, was da jetzt geschehen ist, trotz allen Fragezeichen, die da offen sind, trotz allem, dass da wirklich viele Menschen auch ein Problem mit der Frau von der Leyen haben, auch abseits von Corona und mit der EU an sich, die ja durchaus immer mehr Kompetenzen auch an sich reißt und an sich reißen will. In der Hinsicht möchte ich mal aufs Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Vertrag von Lissabon 2009 hinweisen, dass da dezidiert sagt, dass keine weiteren Kompetenzen nach Brüssel abgegeben werden dürfen und wenn das geschehen sollte, dann muss vorher eine Volksabstimmung stattfinden. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag drin, dass man eigentlich darauf hinarbeiten will, dass man praktisch eine EU als Bundesstaat schafft, so wie die Bundesrepublik mit den föderalen Strukturen der Länder so eben eine EU aufbaut. Ralf, deine Einschätzung würde mich auch interessieren. Die Ursula von der Leyen hat ja doch relativ viel sichtbaren Dreck am Stecken mittlerweile und so wie sie in Form eines Hütchenspiels ja an die Macht getieft wurde damals, das war ja in irgendwie einer durchwachten Nacht, plötzlich kam sie auf den Siegerposten und niemand hatte sie wirklich auf dem Schirm. Genauso kann sie auch wieder aus dem Spiel genommen werden, oder glaubst du das? Ja, aber ich sehe niemanden, der ein Interesse daran hat. Es ist zwar wahr, dass uns bis vor kurzer Zeit das Spitzenkandidatenprinzip, also dass man auf dem Wahlzettel den Spitzenkandidat wählt und der wird dann Kommissionspräsident, immer als urdemokratisch verkauft worden ist. Jetzt ist Frau von der Leyen Spitzenkandidatin und sie tritt gar nicht an für die Wahl zum Europaparlament. Also sie steht auf keinem Wahlzettel und wird sozusagen qua Hinterzimmer weiter im Amt bleiben, wenn sie denn dahin kommt. Das ist alles ein bisschen albern und die Union hat sie mit großem Applaus in Bukarest auf ein Schild gehoben und ich war letztens bei einer Unionsveranstaltung hier in Berlin, wo ein empörtes Mitglied aufstand und war, wie kommt ihr auf die Idee, Frau von der Leyen zu nominieren? Und da sagte dann Friedrich Merz, naja, die Alternative wäre, dass Hofreiter es geworden wäre. Wenn das der einzige Grund ist für einen Kandidaten, dass der andere noch schlimmer ist, dann ist das auch kein gutes Zeichen für die Demokratie, was das Verfahren betrifft. Es ist, wenn ich es richtig weiß, ein vergaberechtliches Verfahren, weil sie bei der Bestellung von Impfstoff und anderen Dingen da die nötigen Prozedere übergangen hat, das war damals eigentlich von allen so gewollt und wo es niemanden gibt, der ein massives Interesse hat, an ihrem Stuhl zu sehen, sehe ich auch nicht, dass so ein Verfahren am Ende zu irgendeinem Ergebnis führt. Die bisherigen Affären von ihr sind ja eigentlich auch folgenlos geblieben. Das Löschen der Handys und die Berateraffäre und so weiter, das gehört zu den frustrierenden Momenten im Journalistenleben, dass man solche Listen machen kann von Verfehlungen von Politikern und sie sind alle folgenlos geblieben und man ahnt, dass sie sich ins Fäustchen lachen und sagen, du bist ein ganz armer Wicht, aber schreib es ruhig noch mal auf, wenn es dir danach besser geht. Das ist aber auch was Neues, oder Herr Schule? Also, dass da Leute auf ihren Stühlen kleben bleiben, die sich solche Verfehlungen leisten, das gab es doch früher nicht. Da sind Leute wegen einer Bonusmeilen-Affäre zurückgetreten. Ja, aber die neue Logik lautet ja, gerade wenn es schwierig ist, dann gehe ich nicht von Bord. Ich laufe nicht weg und beziehe meine Diäten bis zum Schluss und wenn man dann kritisch nachfragt, wenn jemand Unsinn erzählt hat, dann sagt der Sprecher regelmäßig, ich habe den Wendungen des Ministers nichts hinzuzufügen oder es gilt das Wort des Ministers und beantwortet die Fragen halt nicht. Also eine gewisse Teflon-Mentalität macht sich da einfach breit und wer wollte, dass der Kapitän von Bord geht, wenn es schwierig wird? Also wir alle doch nicht, oder? So, also ich habe den Worten Ralf Schulers nichts hinzuzufügen. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk. Die NATO muss jetzt ihren 75. Geburtstag einfach ohne uns feiern. Tut mir leid. Heute am 7. April 2024 diskutierten Henning Rosenbusch, Ralf Schuler und Heimo Schwilk. Ganz herzlichen Dank. Und danken möchte ich auch unseren Hörern natürlich für ihr Interesse sowieso, aber auch für ihre Zuwendungen, von denen wir diesen Sender ja betreiben. Wir haben übrigens die verschiedenen Möglichkeiten und Wege, uns Geld zukommen zu lassen, mal übersichtlich auf einer Seite dargestellt. Und die finden Sie, wenn Sie auf unserer Homepage oben rechts auf Unterstützen klicken. Und jetzt noch was, was ich schon lange mal loswerden wollte beziehungsweise erklären wollte. Wir haben ja ein deutsches Bankkonto, um unseren deutschen Hörern die Überweisung leichter zu machen. Nur in Deutschland werden die Anschriften der Absender nicht mit übertragen. In der Schweiz ist das anders. Also ich würde Ihnen ja, wenn Sie uns sagen, wir 100 oder 200 Euro schicken, wenigstens eine Dankeskarte zurückschicken. Aber eben das geht nicht. Und jetzt wissen Sie auch, warum. Damit sind wir am Ende der Sendung. Nächste Woche sind Eva Herrmann und Peter Brenner mit dabei. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Frühlings-, ja früh-sommerhaften Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.